Mein Name ist Carolin Müller. Ich bin Diplom-Psychologin, buddhistische Therapeutin und Achtsamkeitstrainerin. In meiner Online-Praxis helfe ich Menschen dabei, ihr psychisches Wohlbefinden zu verbessern und ihre persönlichen Ziele im Leben zu erreichen. Die Methoden, die ich verwende, hängen ganz besonders davon ab, was Sie als Klient benötigen. In jedem Fall entspringen diese Methoden aber der kognitiven Verhaltenstherapie und der buddhistischen Psychotherapie. Für uns alle kann das Leben manchmal sehr schwierig sein und gerade in solchen Situationen ist es eine weise Entscheidung, sich Unterstützung zu suchen. In vielen Jahren habe ich bereits Klienten geholfen, Depressionen, Ängste, Selbstzweifel, Familien- und Beziehungsprobleme zu bewältigen. Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie mich jetzt und ich werde mein Bestes tun, um Ihnen zu helfen.